Was ist jetzt am Fenster? Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn zweimal angefragt. Nice. Ich habe ihm mal Decken gegeben. Ich kann jetzt nicht runterkommen, ich muss mal zu Rauchgranaten wissen. Ich werde beschossen. Ja. Von links, von links, komm doch. Ich wollte nicht gerade Rauchgranaten schießen, wenn die Kunde laufen können, dann kommen wir von links. Von da müssen sie kommen, rechts versuch. Wasser. Nein. Ich kann noch mal schauen. Ich kann noch mal schauen. Alter, irgendjemand hat mir eine Pfanne angeschossen, aber übelst. Vier Stück nach. Dann bist du halt gute Nationen, oder? Mhm. Jetzt wird geballert, rechts. Dann bist du halt gute Nationen, oder? Hier ist auch einer. Oh, da war. Hätte ich gesehen. Jetzt kein Fenster drin, ernsthaft? Kein Fenster drin und Mücken. Ja. Da läuft unten ein Wasser lang. Klasse. Mhm. Das ist der, den wir von anvisiert haben. Nur noch eher. Jawoll. Abläuft. Ja. Ja. Oh, hier ist. Winner, Winner. Schaut in den Raum. Huuuuh. Er hat aufgegeben. Was ist hier los? Ich will nicht nur sehen, dass irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, dass die zu schwingen gerade oder das ist.